Ich habe ihn um 08.30 Uhr geholfen und jemand hat mich aufgenommen. Aber niemand sprach. Von dem Moment auf habe ich ihn nie wieder gesehen. Wie kann man denn eigentlich hier zu Tode kommen? Das Wasser ist gerade mal knietief. Ich will überhaupt diesen Tod und dann der sagt mir, dass dein Bruder ein bad-bad-boy war. Das wäre der Tod nicht so schlimm. Ja, genau, genau. Kein Aufenthaltsstatus, keinen legalen Job. Auf dem Papier ähneln sich einige der Lebensläufe der Menschen, die wie PAP aus Westafrika gestartet sind und dann hier im schlesischen Busch wieder zusammenfinden. Wie aber sieht ihr Leben aus? Und was kann es uns über PAPs Schicksal verraten? Ich würde sagen, dass du nicht alleine gehen würdest. Aber wenn du da bist, dann brauchst du eine Waffe.